Hallo Leute, hier ist wieder Jan aka Papa Keks und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um ein kleines Stück Software gehen, das ich selbst geschrieben habe und das euch hoffentlich euer Spieleerlebnis auf Linux etwas vereinfacht. Und zwar nennt sich dieses wunderschöne Skript Update Proton.sh. Und das lädt euch automatisch die neueste Version von, hier habt ihr vielleicht schon mal gehört, Proton GE Custom von Glorious Groll herunter und installiert das in den entsprechenden Verzeichnissen. Ja, die Motivation, dass ich mit diesem Skript angefangen habe, war einfach, ich habe halt dieses Skript, dieses Proton GE Custom irgendwann entdeckt und dachte mir, Mensch, ist ja cool, da laufen ja viel mehr Spiele, weil ich spiele ganz gerne mal hin und wieder. Und ja, da kam dann aber so oft Releases raus und dann habe ich immer, ja, musst du hier auf Releases gehen und dann, okay, hier das Neueste, gut, dann lädst du das runter und dann, das dauert irgendwie immer, dann musst du das runterladen hier manuell und dann dauert das und dann musst du das entpacken und dann hier in irgendwelche unsichtbaren Verzeichnisse, .steamroot, irgendwelche Verzeichnisse noch erstellen. Und das war mir halt irgendwie zu aufwendig, das können wir jetzt auch abbrechen, weil hier ist das auch beschrieben, wie man das installiert, Installation Native, ne, hier also irgendwie das runterladen, das Dateifad erstellen, dann da rein entpacken und so, das Daten, Mensch, das könnte man noch vereinfachen. Also habe ich ein kleines Skript geschrieben, was das für mich erledigt. Und das ist hier update proton.sh, da können wir uns auch mal kurz den Code angucken, wenn euch das nicht interessiert, müsst ihr das natürlich nicht machen, aber guckt gerne mal drüber, wenn ihr Ahnung von Shell Scripting habt. Ich bin immer für Vorschläge und Verbesserung offen, also einfach dann in die Kommentare schreiben oder in die GitHub Issues, weil das ganze Projekt findet ihr auch unter GitHub und dort einfach mal nach update proton suchen, das sollte das einzige Ergebnis sein. Genau, aber wir wollen uns jetzt nicht mal unbedingt mit dem Code beschäftigen, sondern was das eigentlich macht. Also werde ich hier das einfach mal, das ist ja auch beschrieben, wie man das macht, die neueste Version runterladen. Das hier ist mein Entwicklungsverzeichnis, deswegen nehme ich das jetzt mal leider nicht raus und das ist jetzt hier die Version 0.2.1. Hier werden auch immer neue Versionen dann aufgelistet, wenn ich sage, ja, jetzt ist mal Zeit für ein neues Release und dann klickt ihr hier einfach auf das Skript selbst und jetzt wird das angeboten, das runterzuladen. Das machen wir mal und jetzt ziehe ich mir das hier mal auf den Desktop. So, jetzt könnt ihr einfach, wenn ihr wie ich und der KDE seid, das hier in der Konsole ausführen, aber damit das funktioniert, muss in den Eigenschaften das Skript ausführbar gemacht werden, ansonsten funktioniert das nicht. Also, wenn das jetzt ausführbar ist, dann könnt ihr das in der Konsole ausführen. So, und dann sagt ihr mir, Mensch, ich habe hier jetzt die neueste Version 6.8 unter Version 2, aber es gibt jetzt schon eine neueste 6.9. Ist ja wunderbar. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr eine Konsole mit Steuerung-Taste und einem Mausklick gleich das Change-Log öffnen, werdet ihr weitergeleitet und dann seht ihr, Mensch, was hat sich denn hier geändert? Brauche ich das überhaupt? Kann ja sein, man sagt jetzt, ja gut, ist jetzt zu Hause wahrscheinlich eher nicht so der Fall. Aber man ist jetzt unterwegs mit seinem krassen Gaming-Laptop und ist gerade irgendwie knapp bei Datenvolumen und dann sagt man, ja, jetzt nochmal 200 Megabyte, ist jetzt, oder 400 sogar, ist jetzt nicht so meins. Das brauche ich jetzt nicht, alle Spiele, die ich spiele, funktionieren und ansonsten kann man das jederzeit wann anders machen. Genau, kann man sich ja das Change-Log durchlesen. Dachte ich mir, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Okay, dann wird hier gefragt, möchte man die neue Version installieren? Wenn man einfach Enter drückt, dann macht er das, ansonsten bricht das ab. Installation aborted, bam, fertig. Dann stört euch das nicht weiter. Aber wir wollen das ja jetzt installieren. Hier quasi ein Feldversuch. Dann installieren wir die neue Version, dann lädt er das hier mit W-Get runter. Das dauert jetzt hier leider ein bisschen, weil ich nur noch bei Steam-Mars runterlade. Das können wir eigentlich gleich mal beenden. So, dann geht das hier gleich viel schneller. So, da geht doch was. Das dauert natürlich trotzdem so lange, wie es dauert. Also, da kann man nicht beschleunigen. So, ist das Ganze fertig, dann wird das noch verifiziert, weil das ist nämlich seit einer der wenigen Versionen ein neues Feature. Klar, also nicht nur, was ich ins Skript eingebaut habe, sondern auch, was der Ersteller Glorious Eggroll zur Verfügung stellt. Der packt nämlich zu jedem Release hier auch so eine Schar, also so eine Checksumme mit bei. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn die schon mit drin liegt, komm, nehmen wir mit, verifizieren das, dann passt das auch. Das lädt er also gleich mit drunter. So, wenn das so fertig ist und er sieht, dass da noch andere Versionen, also hier in meinem Fall 6.8 drin ist, dann fragt euch noch, möchtet ihr alle anderen Versionen installieren, deinstallieren, also löschen. Ich möchte das jetzt nicht, deswegen drücke ich einfach Enter. Also, der Großbuchstabe ist immer das, was standardmäßig angewendet wird. Möchte ich jetzt nicht. Dann wird das entpackt. Dauert immer ein bisschen und dann ist das fertig. Wenn ihr das jetzt noch anwenden wollt, dann könnt ihr hier einfach unten auf den Link nochmal klicken. Der leitet euch auch weiter in dieses Repository, wo dann drin steht, wie das aktiviert wird. In meinem Fall ist das jetzt einfach nur Steam neu starten. Ich habe es ja jetzt schon beendet. Also einfach nochmal starten. Und wenn das gestartet wurde, sollte nicht mehr lange dauern. Da kommt was. So, und jetzt kann man einfach sagen, gut, ich möchte jetzt hier zum Beispiel Mass Effect, möchte ich jetzt nicht mehr mit der alten Version spielen, von Proton, sondern mit der neuen. Dann gehe ich hier mit dem Rechtsklick auf die Eigenschaften, Eigenschaften aufrufen, dann auf Kompatibilität und dann kann ich hier mit dem Klick das auswählen. Also ich mache das immer so, dass ich das für jedes Spiel einzeln bestimme. Dann wähle ich hier die neueste Version nach 6.9. Alternativ kann man auch in den Steam-Einstellungen unter Steam Play hier mit der Checkbox Steam Play für alle anderen Titel aktivieren und dann hier könnt ihr dann auch die neueste Version auswählen. Ich mache das halt immer für jedes Spiel einzeln. Falls es halt mal eine neue Version gibt, die denn damit nicht läuft, dann muss ich das nicht immer umstellen und mache das für jedes Spiel einzeln. Ja, aber das ist es soweit eigentlich schon mit diesem Skript. Das funktioniert soweit ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr noch Fehler findet oder Verbesserungsvorschläge habt, gerne damit in die Kommentare oder in das entsprechende GitHub-Repo reinschreiben, wenn ihr da einen Account habt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch jederzeit auf Discord, Twitter oder sonst wo. Mastrodon bin ich jetzt auch. Schreiben. Von wegen, ich habe da einen Fehler gefunden. Macht mal heile. Also da stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ansonsten, ich glaube, hier gibt es dann auch irgendwie die Möglichkeit, mit Pull-Requests da eigene Features quasi einzubauen und dann da hier einzureichen. Und dann gucke ich mir das an und sage mir, Mensch, Mensch, das ist ja voll die geile Idee und ich muss es nicht mal selbst machen. Das hat schon jemand gemacht. Nehme ich mit rein und dann ist das drin. Ja, deswegen gerne, wenn ihr Ahnung. Ich sage nochmal, wenn ihr Ahnung von Shell-Programmierung habt und die Hände über den Kopf zusammenschlagt bei dem Code, ja, gerne in die Kommentare, damit ich lerne immer weiter, was das angeht. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Heute ist ja Pfingstmontag und es ist sehr schön warm draußen. Deswegen werde ich das nette Wetter auch gleich noch nutzen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wetter und den Sommer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020